Hoi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Klein-Seelen-Hain. Ja, wir müssen eben hier fix abtanking machen. Frischkasten ist voll. Ruckzuck, ne? Krass, oder? Dann bringen wir die Rutsche direkt weg. Weil wir da gerade den Wagen oder den Dreck nur anhaben, ne? Passt da noch ein bisschen was rein, aber egal. Können wir auch Schlepper tauschen mit unseren neuen Fahrern, ne? Können wir auch machen. Unseren neuen kleinen Maxxum ist das, ne? Richtig, oder? Wir haben ja einen Keks Maxxum bekommen. Ja, machen wir gleich eben an Kipper dran. Eben den Weizen zur Mühle bringen. Helga ist ja hier fleißig am Drillen. Und macht das, ne? Und macht schon fleißig ihren Job. Perfekt. Perfekt, Helga. Oh, die Hunde. Oh, oh. Spiegelprobleme. Immer noch, ne? Ich glaube, das wird sich ja auch nicht ändern. Oh Mann, ey. Wir sind fast pleite. Wir haben nur noch 60 Glocken. Hab ich immer noch nicht realisiert, dass wir gerade 130.000 Glocken ausgegeben haben, ne? Das waren 130.000 Glocken, Leute. Nur für den Träger. Da müssen wir aber erstmal wieder alle reinwirtschaften. Er leckt mich fett. Das wird nicht billig. Okay, ich hoffe ja auf eine fette BGA-Auszahlung, ne? Aber bis dahin dauert nur ein bisschen, ne? Boah, 40% sind da schon abtransportiert. In den deutschen Hof. Wir holen unseren neuen. Hockelig, die Rennschaltung, ne? Kannst du schon mal haben. Könnten wir nachher nochmal zu BGA luschern. Dass da läuft. Das wäre ganz schickig fein, ne? Stellen wir den Deutz nicht schon passend hin. Wir nehmen unseren neuen Maxim. Warte mal eben hier, Kollege. Der neue Maxim. Schicke Lungerkarre. Schiere Lungerkarre würde der Pi sorgen. Kennt ihr den PJ? Schiere Lungerkarre. War dabei im Zaun wie eine Bratenöhre, ne? Oh, nee. Ist nicht so schick wie Feuny, ne? So, eben schnell zur Mühle. Wagen mitnehmen. Und Schlepper. Ist bezauert. Wollte ich nochmal so sagen, ne? So, hier hin. Schickes Case-Zeichen drauf, ne? Mach mal dran. Mach mal dran. Mach mal dran. Hallo? Wollen wir das nicht anhängen? Wollen wir mich verlaschen? Oder muss ich wieder Kuh drücken? Joa, ich muss wieder Kuh drücken. So, jetzt aber los. Wir können ja hier lang brackeln, ne? Können wir mal Helga unseren neuen Trecker zeugen. Die kennen den ja noch gar nicht, ne? Die sind bestimmt ein bisschen belass. Weil wir den neuen fahren dürfen. Und Helga, ne. Oh, läuft aber, ne? Zieht richtig gut durch. Okay, hat der auch einen leeren Wagen hinter, ne? Lass auch nicht vergessen. Aber er hat ja auch 175 Pferdchen unter der Haube, ne? Na, Helga? Der Kikse, wa? Wir müssen zum Dreschkasten. Oh, dicke Box drinne. Ja, guck, hier wartet er schon. Du, hier ist aber ein bisschen viel stehen lassen, ne? Oh, das ist ein schönes Bild, ne? Nur Rot. Wir gehen kurz blänig. Der fährt hier die Karre kaputt, ne? Oder? Mach dich schon mal leer. Wir müssen gleich zur BGA. Vorliegen zu Grossman, Leute, ey. Die brauchen Ballen. Ach, das wird auch wieder so ne Schickifoini-Aktion, ne? Aber es nützt nix. Wir brauchen Ballen. Hier, doch noch ein gebunden. So, Opfer zu BGA. Gucken wir vorn hier rum. Spielt genauso gut. Ist hocklig die Rennschaltung, sage ich hier. Manchmal schaltet sie, war kein Gang drin. Das läuft. Wenn wir schon mal Schwung holen. Da kriegst du, war? Den haben wir aber gesägt, war? Versägt haben wir den. Schafhof, den müssen wir auch noch kaufen. Die Schumpen, guck mal. So, ab in die Bege. Oh, mit die Silage. Die müssen uns Silo leer machen. Die kommen wirklich dran vorbei. Die müssen nämlich eigentlich schon hexen. Wir haben noch keinen Platz, ne? Das ist... Uncool. Wie viel Platz ist da drinnen? Oh, so viel ist da noch gar nicht raus. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ja, ich komme da gleich hin. Das ist ja fettig. Warum im Moment nix, außer Mission. 4.000 Glocken Mission. Bleibt hoffentlich ein bisschen was über. Was wir da weitermachen können, ne? Dass wir da weitermachen können. Schickifani, ne? Ich weiß gerade, nichts zu erzählen, ne? Marinda. Das läuft ganz gut. Das läuft ganz gut. Das ist, glaube ich, unter den BGA gefahren. Kann das sein? Das läuft, das läuft, das läuft, läuft. Leute, Leute, Leute. Das ist alle was. Ab und zu muss man mal tief durchordnen. Ein Schluck Kaffee trinken. Gleich mal einrauchen, ne? Und dann geht's weiter. Wir müssen aber auch gleich jetzt mal nach unserem Dingster gucken. Dreschkasten. In Deutsch können wir jetzt erstmal hier stehen lassen an der BGA, ne? Und dann werden wir jetzt zusehen, dass wir Gras mähen. Dass wir, ähm... Sag schnell. Oh, der ist ja schon an mir vorbeigefahren. Jetzt aber zack, zack, zack. Mit unserem neuen Maxim. Hier Drescher abtanken. Obwohl das, glaube ich, gerade nicht so günstig ist. Doch, 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 doch. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wer... Wo fährst du denn jetzt hin? Hallo. Hat dir schon mal einer gesagt, dass hier noch was steht? Dann bin ich ja beruhigt. Hatte echt schon arg bedenken, du wolltest das hier stehen lassen. Das ist unser Geld. Nee, fahr mal erst so weiter. Weiß auch nicht, wie du fahren willst, ne? Ich weiß nicht, was sie da macht. Jetzt, pass auf, jetzt muss das Gerät gleich inladen werden. Siehste? Ist dat ein Bienenpflücker, oder? Hör mal ganz ehrlich. Wir wollen doch, hör. Nee, musst du ja direkt erstmal rückwärtsgang reinkloppen. Weil das ist ja viel schöner. Mein Gott, er schläft. Wollen wir mal kurz Zeit, hier drinnen zu gucken, ne? Ist schon schick die Fahrt, ne? Ist das für's Zugmaul hier? Muss ja, ne, Zappelwelle, oder? Okay, Zappelwelle. Okay, okay. Jetzt sitzt aber ungünstig, oder? Wenn dat für die Zappelwelle ist. Ich hatte rückwärtsgang drinnen. Boah, ich stehe voll auf dem Pin. Der kommt nicht in der Wertung, ne? Oh, Sveni und zwei Achsar rückwärts fahren, ne? Zwei Welten treffen aufeinander. Jetzt hab ich den Relay schon so gut wie nicht hingekriegt. Das, 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 das. So, liebe Leute. Ich sag erst mal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Wenn's euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nix mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.